Freunde, wir gehen rein ins nächste Video. Ich bin wieder unterwegs mit meinem Santa Cruz Hightower V2 und ich bin hier bei einem Spot, wo es ein paar coole Sprünge gibt. Step-Ups, Hip-Jumps und ich will euch einfach mal zeigen, wie man mit der Kiste springen kann und wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, euch gefällt es. Let's go! So, schauen wir uns mal die erste Linie an, also die geht da oben los. Über so ein paar Wellen, Linksanleger, nochmal ein cooler Linksanleger, da kann man es aber schön braben lassen. Dann hier rein über eine Welle und dann gibt es hier ein ganz cooles Feature, nämlich so ein Hip-Jump und da versuche ich jetzt mal ein bisschen was abzulichten. Genau! So, wir gehen noch schon rein in die nächste Linie. Es wird nämlich bald dunkel, ich habe nicht mehr so viel Zeit, deswegen wird das Video auch ein bisschen kürzer. Die beginnt da hinten, geht hier ein bisschen zwischen den Bäumen durch, zack, über eine Welle, da werde ich eine Slow-Mo reinpacken und dann geht es zu dem Bad Boy. Das ist ein relativ großer Step-Up, dann gibt es eine Linkskurve, nochmal einen Drop da, ich weiß nicht, ob ihr ihr seht, nach links und eine Senke und nochmal ein Step-Up. Genau, ich werde ein paar Aufnahmen von außen machen, ich werde noch ein paar Aufnahmen mit der GoPro machen. Zeline mit dem Step-Up, fahren wir die mal komplett. Die Kamera läuft doch schon und macht da schon unten zwei Gigabyte pro Computer oder so. Oh, geil! Juuu!